So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO bzw. es ist wieder Zeit für Ramses Hateblog. Ihr wisst ja, bei Ramses Hateblog spreche ich immer Themen an, die mich tierisch aufregen. Themen, die die Welt bewegen, Sachen, die mich zur Weißglut bringen, wo ich kurz vorm Ausrasten bin. Und es ist wieder mal soweit, ich möchte wieder mal eine Geschichte erzählen, wo es wirklich direkt um mich geht, was direkt einen Bezug zu Pokémon GO hat, aber das sieht komisch aus mit der Maske, da ist der Bildschirm so dunkel. Außerdem erkenne ich gar nichts, deswegen muss ich mal meine Brille aufsetzen. Wir ziehen die Maske also ab, damit ich was sehe, setze ich die Brille auf und dann, Ramses Hateblog, heute mal ohne Maske, erzähle ich euch mal eine Story. Ich zeige euch einfach mal, was das Thema ist ja Pokémon GO, wenn aus Freunden Feinde werden und schaut mal kurz hier rein. Geht's auch schon los mit der wilden Fahrt am Moltres Day, am Molgerei Tag, aus. So, wir sind natürlich jetzt angekommen in Erlau, das ist die Erd... Das ist im Prinzip, guck mal wie alt das schon ist, vom 9.9.2018. Das war das Best-Off vom Shiny Lavados Raid Day. Wir haben damals so coole Touren gemacht, im Bus rumgefahren, ganzes Pack an Leuten dabei, richtig coole Action, Shiny hier, Shiny da. Die Leute, der Umgang, das Team, es hat sich alles geändert. Aber erstmal kurz weiter laufen lassen. Das erste Arena, die wir mitnehmen und das Feld von hinten aufrollen am Denkmal. Und wir stellen das nochmal kurz vor, damit ihr wisst, wer hier alles dabei ist. Eiverscharf, Team Gelb, Level 40 und dann geht's weiter. Eiverscharf, Level 40, Team Gelb, Beste. Dann geht's weiter. Hallo, Philippone, Level 34, Team Rot, das einzig... Philippone, Team Rot, Level 34, das einzig wahre Team, wie ihr sagt. Philippone, bester Mann, über den lasse ich nichts kommen. Ich hab den so abgehörig lieb. Leider hab ich ihn schon ewig nicht mehr gesehen. Der war damals aber immer bei vielen Raid-Touren oder mal an den Sea Days dabei. Philippone, Grüße gehen raus, falls du das irgendwann mal siehst. Also, wer den kennt, mit dem hab ich auch öfters am Strich Trade Sessions gemacht oder irgendwas. Der war der einzige, der am Shiny Lavados Raid Day kein Shiny bekommen hat. Wie gesagt, bester Mann. Will euch nochmal die Unterschiede zeigen. Wahre Team. Hallo, Leosai, Level 30 und auch Team Rot. Leosai, Level 30, auch Team Rot. Kann ich nichts Negatives sagen in dem Sinne. Leosai hat sich meiner Meinung nach eigentlich immer neutral verhalten. Egal was war, wenn er mich gesehen hat, hat er gegrüßt, hat auch normal mit mir geredet. Der ist jetzt nicht zum Idioten mutiert. Hat sich nicht plötzlich verhalten wie ein Penner. Er hat halt sein Ding weiter gemacht. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch spielt. Ich glaub, von allen, die im Video gezeigt werden, ist er sowieso der inaktivste. Weil der halt einfach auch andere Interessen hat und andere Hobbys. Und für ihn ist Pokémon einfach halt ein Spiel für nebenbei fertig. Jetzt kommt der Größte. Das ist genau das Gegenteil vom Filippone. Zahnfett, Team Blau und Level 35. So, mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. Zahnfett, Team Blau, Level 35. Er redet schon so in gebückter Haltung. Sonnenbrille auf. Hoffentlich erkennt man mich nicht. Keine Ahnung. Hin und her. Selbst mit ihm. Mit dem Herrn Zahnfett. Den habt ihr damals vielleicht in ein paar alten Sendungen gesehen. Wir haben da auch Raids zusammen gemacht. Er ist immer mit seinem Fahrrad durch die Stadt gegurkt. Habe ich immer gedacht, ist ein korrekter Dude. Problem ist, ist halt nicht so. Es gab ja diese Gruppenspaltung wegen Silvio. Also wegen Schickeria. Wegen Schickeria und mit meiner Ex-Freundin da. Honigkuchen-Schneckli. Da gab es diese Gruppenspaltung. Die ganze Familie plus dem Zahnfett hin und her, sonst was. Habe ich damals kennengelernt, zufällig an einem Raid. Wie sie gesagt haben immer, sie schaffen nicht mal einen Despotar-Raid. Obwohl sie ja vier, fünf Leute waren. Jeder hatte noch einen kleinen Account dann. Sie haben trotzdem nicht mal einen Despotar-Raid geschafft. Ich habe mich also denen angenommen, wie es so oft ist im Leben. Ramses gibt und Ramses wird von Kopf gestoßen. Ich habe mich dieser Familie angenommen. Ich habe denen geholfen, wenn Raids waren. Ich habe die mit durchgezogen. Die haben sich auch immer bedankt. War auch alles korrekt hin und her. Gerade wenn diese Shiny-Raid-Touren waren, haben die gesagt, komm hier, wir fahren mit dem Bus. Wir nehmen dich mit und pup sie. Und wir sind ein eingefleischtes Team. Da kommt keiner mehr dazu. Und da geht auch keiner raus. Jetzt waren wir also immer als gutes Team unterwegs. Mit Philippone, den haben wir öfters mitgenommen. Wo auch der Herr Zahnfee dann dabei war. Aber irgendwann hat sich natürlich alles geändert. Irgendwann haben wir einen gewissen Herrn Linke Networks kennengelernt. Der ja die ganze Zeit Anwalt war. Mittlerweile Richter ist. Und ich habe noch nie so einen charakterlosen Menschen kennengelernt. Wo man immer denkt, Richter, die müssen ja eigentlich wichtige, richtige Entscheidungen treffen. Aber wenn ein Richter so drauf ist, wie der Herr, dann weiß ich auch, wieso so viele Fehlurteile gefällt werden. Und dass es gar nicht danach geht, wer hat Recht, wer hat Unrecht. Sondern einfach nur, wen kann ich leiden, wen kann ich nicht leiden. Es war schon immer so, in der Gruppe, wenn jemand gefragt hat, wegen Raids, wegen irgendwelchen Sachen. Der Herr Linke Networks hat immer gestichelt. Er hat jeden neuen Spieler, der in die Gruppe kam, dumm angemacht. Hat gesagt, geh mal lieber in die Schule, dir fehlt wohl die Schulbildung oder so. Wenn irgendjemand was falsch geschrieben hat oder keine Ahnung. Da waren wirklich kleine Kinder dabei. Und er war so gehässig. Er feiert sich selbst dafür, dass er was Besseres ist. Weil er ist ja Richter. Aber menschlich gesehen ist das für mich einfach nur Abschaum. So. Es gab ja auch die Diskussion damals mit ISWO, als wir diese Anzeige bekommen haben. Und es hieß, jemand aus Hildburghausen hat dem Vermieter von dem Haus da einen Tipp gegeben, dass wir da ein Video gedreht haben. Vor dem Haus. Und das war Privateigentum sozusagen. Und da hat jemand ein Video hierher, der meinen Kanal verfolgt, dort hingeschickt und wollte, dass wir angezeigt werden. Böse Stimmen sagen, es war der Linke Networks, weil der mit Rechten und so und sich auskennt und da immer ein 1 reinwirken will. Richtig, beweisen konnte man es nicht. Aber es war auf jeden Fall eine Person aus Hibu, die natürlich das hingeschickt hat. Ihr seht also, er hat eigentlich schon immer nur Mist gebaut. Jetzt der Herr Zahnfett kam immer an, er kannte die Geschichte mit Schickeria, mit Honigkuchenschneckli und hat immer gesagt, boah, scheiß da auf solche Leute, scheiß auf solche, ja, was willst du damit? Guck, du hast mich angesprochen, ich bin mit in der Gruppe jetzt, ich mache gerne Raids mit dir. Und immer wenn er irgendwo den Schickeria in der Arena gesehen hat, obwohl die beiden Team blau waren, hat er versucht, den Schickeria aus der Arena rauszuschmeißen und dann die Arena leer zu lassen oder sich selbst reinzulassen, wo ich, wo ich eigentlich Probleme mit dem Schickeria hatte, sozusagen, selbst gesagt habe, ja, lass das doch, das ist doch Kindergarten, was bringt dir das denn? Das ist doch eigentlich Quatsch, ne? Aber er wollte natürlich mir imponieren, denke ich mal, weil, was sollte er gegen Schickeria gehabt haben? Er kannte ihn ja gar nicht. Ich dachte, er wollte mir imponieren, indem er ihn schlecht redet, was ich total schwachsinnig finde. Wenn man nichts mit der Sache zu tun hat, dann soll man halt neutral sein. Ich habe ihn nicht darum gebeten, mir den Rücken zu stärken oder irgendwas, aber er ist mir damals halt tief in den Arsch gekrochen. Jetzt hat irgendwann in der Gruppe natürlich der Zahnfet und der linke Networks, unser feiner Herr Richter, die haben sich halt gefunden, lieber auf den ersten Blick, nenne ich es mal, und plötzlich habe ich gemerkt, der Herr Zahnfet verändert sich. Wo er früher so gelassen und cool war, wo er mit einem geradet hat, wo man mit ihm reden konnte, wo alles chillig war, wo er mehr für mich machen wollte, als ich eigentlich gebraucht habe, war nichts mehr davon abzusehen. Plötzlich haben die Sticheleien von linker Networks-Seite zugenommen, weil der Herr Zahnfet plötzlich auch mitgestichelt hat, ohne ersichtlichen Grund. Da habe ich mal einen X-Raid für das Engelchen 11 mitgemacht. Die hatte keine Zeit, die hatte eine X-Raid-Einladung, die wollte unbedingt Dioxys raiden und so. War da überhaupt Dioxys drin? Ich glaube schon. Sie hat da gesagt, ja, hier, vielleicht kannst du meinen Account ja mal mitnehmen. Ich habe gesagt, muss ich gucken, wie ich das mache mit den Handys, aber gibst du mir die Daten halt, mache ich für dich mit. Sie war so dankbar darüber. Sie hat gesagt, sie weiß, mir fehlte noch ein zweites Shiny Taubsi. Sie hat letztens eins bekommen und aus Dank möchte sie mir das Shiny Taubsi geben, weil ich habe das ja schon registriert, das ist nicht so teuer. Sie will mich nicht ausnutzen, dass ich hier ihr Zeug machen soll. Und ich fand das so cool von ihr, weil ich selbst, ich habe nichts verlangt. Ich habe nicht gesagt, gib mir das und das dafür oder gib mir Geld oder gib mir ein Pokémon. Sie hat das angeboten. Ich fand die Idee richtig genial. Ich fand es schön, dass sie sich dafür bedankt hat. Sie hat mir das dann getauscht. Ich habe ihr dann auch ein legendäres gegeben. Ich glaube, ein legendäres Groudon oder irgendwas oder ein Kyogre oder ein Mewtwo. Irgendwas Großes fällt es. Ich habe ihr auf jeden Fall keinen Mist gegeben. Ich habe ihr auf jeden Fall auch was Cooles dann dafür gegeben. Jetzt habe ich das in die Gruppe natürlich gepostet, in unsere Pokémon-Go-Gruppe. Habe gesagt, okay, Dankeschön an Engelchen Elf für das Shiny und alles super. Und in der Pokémon-Go-Gruppe meldet sich plötzlich der Herr Zahnfet zu Wort. Und der Herrlinge Networks, unser feiner Richter, meldet sich zu Wort. Und sie gehen das Engelchen an. Warum sie denn so dumm ist, mir, ihr Shiny, zu tauschen. Warum sie es denn nicht selbst behält. Wo ich mir dachte, was haben die beiden bitte für ein Problem? Es geht die beiden doch überhaupt gar nichts an. Entweder waren sie neidisch, weil sie das noch nicht hatten. Keine Ahnung, man kann es auch übertreiben. Aber sie fangen an und labern die voll, weil sie mir ein Shiny getauscht hat. Es war ihre eigene Entscheidung. Ich habe es angenommen. Okay. Ich habe mich bedankt. Ich fand es richtig cool. Habe ich auch alles so geschrieben. Aber die zwei stellen sich hin und verurteilen diese Aktion zutiefst. Irgendwann ging es auch so weit. Es hieß, dass ich voll der Unmensch bin, weil ich den Leuten ihre Shinies abziehe. Weil ich die Leute erpressen würde. Weil ich sonst was mache. Und das haben die sich so in ihre Birne reingebrannt. Ich weiß nicht, wie man auf sowas kommt. Und vor allem unser Herr Zahnfet, der jetzt so die große Klappe hatte und so viel gelabert hat, hat damals bei dem kleinen Russen-Alex, der Russen-Alex hat damals einen Shiny Kaputops gehabt. Das hat der Herr Zahnfet noch nicht gehabt. Der Alex hatte mir das mal gezeigt. Ich habe gesagt, oh cool, das fällt mir auch noch. Vielleicht können wir es ja tauschen oder so. Du kannst ja mal gucken, was dir bei, was dir sonst noch fehlt. Vielleicht, du hast ja das im Pokédex jetzt drin, weil du es schon entwickelt hast. Vielleicht kannst du was von mir nehmen. Ich von dir. Er hat gesagt, jo, wir schauen mal. Und beim nächsten Mal, als ich ihn getroffen habe, hat er mir erzählt, der Zahnfet hat ihn angeschrieben. Und der Zahnfet wollte das haben, weil der Zahnfet hat das noch nicht. Der Zahnfet hat ihm also das Shiny Kaputops abgenommen und hat ihm dafür einen Sumpex gegeben. Okay. Es war kein Shiny Sumpex, es war ein normales Sumpex. Ist in dem Sinne nicht weiter schlimm gewesen. Wer zuerst kommt, malt zuerst, sagen wir mal. Aber wie kann ein Zahnfet, der einem kleinen Jungen einen Shiny abnehmen möchte und ihm einen Sumpex dafür gibt, sich so weit aus dem Fenster lehnen, wenn jemand mir aus Dank ein Shiny anbietet und ich es annehme, zu sagen, ich ziehe die Leute ab und warum die so dumm ist, mir das Shiny zu tauschen. Sie soll es doch lieber selber behalten. Und da habe ich schon richtig gemerkt, die Leute sind einfach bescheuert. Die denken nicht nach, die labern einfach nur aus irgendeinem unerklärlichen Grund. Und plötzlich, obwohl sie erst in deiner Gruppe waren, sind sie rausgegangen aus der Gruppe. Und sie waren plötzlich in der Gruppe von Schickeria. Sie waren in der Gruppe von den VIPs. Plötzlich, bei jedem Raid, wo Schickeria stand, stande die Familie dabei. Stande der Herr Zahnfet dabei. Stande der Herr Richter dabei. Also, als sie niemand waren und keinen kannten, waren sie gut zu dir. Du hast sie mit durchgezogen, du hast sie beim Raid groß gemacht, sie haben sich ihre Accounts aufgelevelt, auch mit deiner Hilfe. Und dann, als sie stärker waren, haben sie dich liegen lassen, sind zu den anderen gewechselt und haben dich nur noch schlecht geredet. Ich zwinge keinen mit mir, Raids zu machen. Ich zwinge auch keinen in der Gruppe zu sein, wenn die sagen, ja, da sind mir zu wenig Aktive, wir wollen mit den anderen raiden, können sie ja alles machen. Aber was soll dann dieses dumme Gelaber? Was soll dieses sinnlose Gehade? Was soll es, sich dann extra heimlich Accounts zu erstellen, die man dann Eiver stinkt und Eiver... keine Ahnung, irgendwas nennt, uns mir, mich permanent aus der Arena rauszuschmeißen, diese Accounts direkt bei mir vor die Tür zu setzen und das, obwohl wir in Hibu alle einen Arenaplan haben. Das haben wir in unserer Gruppe, das haben die VIPs in ihrer Gruppe und jeder hält sich dran. Aber diese dämlichen Leute, die einen einfach nur intern haten wollten, haben sich einen Spaß natürlich draus gemacht. Komm, jetzt haben wir den auf dem Kika, jetzt machen wir unseren Account, jetzt gehen wir den an, schön im Schutze der Dunkelheit, im Schutze der Anonymität. Es weiß ja keiner, dass das unser Account ist und dann machen die das. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass irgendein Fremder durch Hibu fährt und denkt, ach, ich setze mal meinen Account hier rein. Zufällig heißt der Eiver stinkt, obwohl ich gar nicht weiß, wer dieser Eiver scharf ist. Es sind Leute aus der Community gewesen, Leute, die gewechselt haben und das finde ich richtig Kindergarten, richtig ehrenlos, einfach richtig dumm. Deshalb für mich, dieser Herr, der Herr Zahnfett, ist einfach nur eine kleine Wurst, mehr nicht. Ich hatte solche Wut, ich habe immer gedacht, wenn ich ihn sehe, ich schleudere ihn von seinem Drecksfahrrad runter, aber ich sage mal so, es ist etwas Zeit vergangen, ich habe ihn seitdem kaum gesehen, was vielleicht auch gut so ist. Aber er hat dann irgendwann wenigstens die Füße stillgehalten und seitdem war auch nichts mehr und das ist auch gut so. Mittlerweile, es brodelt so sehr in mir, da reicht schon ein schiefer Blick und man explodiert einfach. Und das möchte ich keinem antun, in dem Sinne. Lasst mich einfach in Ruhe, kümmert euch um euren Mist und dann ist es auch okay. Das Thema habe ich also abgehakt. Wenn dann nichts mehr kommt, kommt dann nichts mehr. Ich finde es zwar schade, dass sich das alles so entwickelt hat, es hätte auch anders laufen können, aber was soll ich machen? Beim nächsten Mal sagen, was? Du willst den Raid mitmachen? Verpiss dich. Ich spiele nicht mit Fremden. Man weiß doch nie, man will doch helfen, man will die Leute mitziehen und es können sich Freundschaften entwickeln, es können coole Leute dabei sein, aber es gibt auch solche Fälle, wo man eben etwas auf die Nase fällt und sich dann extrem dumm fühlt, warum man das alles gemacht hat, wenn man danach so behandelt wird. Schließen wir aber dieses Kapitel ab und gehen wir zum nächsten Kapitel, was nämlich jetzt aktuell ist. Denn wie ihr den Ramses kennt, der Ramses, der erlebt ja nicht einfach mal was Schlechtes im Leben und das war's. Der Ramses läuft ja von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen und das ist das Problem. Und jetzt zeige ich euch einen anderen Kollegen und solange trinke ich erstmal den Schluck. So, ganz im Stile vom Blair Witch Project hat mich der Fischi natürlich tief in den Wald geschläbt, denn hier haben wir was ganz Besonderes gefunden, was hoffentlich nicht als Naturmerkmal durchgeht. Das steht nämlich hier. Wer die 7 Tage 7 Stops folgen guckt und das verfolgt und das sich gerne anschaut, der kennt vielleicht den Fischi. Der Fischi wohnt in dem Ort, da war wirklich gar nichts. Ich konnte immer Stops einreichen, beim Fischi war nichts im Ort. Ich hab gesagt, komm, ich kann ja mal eine Folge 7 Tage 7 Stops bei dir im Ort drehen. Er hat mir dann gezeigt, was es ungefähr so gibt. Ich hab das eingereicht, hab mich darum gekümmert, hab eine Folge gedreht, er ist da mitgelaufen. Wir waren auch cool miteinander, da gab es auch nie ein Problem. Ich hab ihm auch immer beim Raid mitgeholfen und alles war easy, alles war super. Ihr seht das ja auch hier. Wir sind da im Ort, wir haben da gerade eingereicht. Dann hab ich gezeigt, wie ich das beschriftet hab. Boah, Bildschirm ist dunkel. Ihr seht das ja, blende ich hier wieder ein. Ob das durchgeht, gucken wir mal. Sieht auf jeden Fall auffällig aus. Also wenn man hier lang wandert und das sieht, geht man sicherlich mal hin und guckt sich das genauer an. Also, hat eigentlich gute Chancen, ne? Was sagst du? Das hat echt gute Chancen. Also, denk schon. Aber nicht drüber stolpern, ne? Das ist gefährlich hier im Wald. Da liegen nämlich überall die Bäume und die Sträucher. Wir gehen jetzt mal los. Ich glaub, jetzt geht's zum Friedhof, oder? Friedhof, da drüben. Da suchen wir mal den nächsten Stop. Jetzt hab ich also bei ihm Sachen eingereicht im Ort und durch meine tatkräftige Mithilfe sind mehrere Stops entstanden. Es sind sogar zwei Arenen entstanden. Er hat jetzt im Prinzip direkt vor der Arena, äh, vor der Haustür eine Arena. Und es ging sogar so weit, er ist früher so oft nach Ribu gekommen, um hier, äh, Raids zu machen, dass er zwischendurch auch einfach gesagt hat, hey, bei mir im Ort geht ein Raid auf, an der einen Arena, will vielleicht jemand vorbeikommen und mitmachen. Ich bin dann mit dem Bier-Benni ab und zu auch mal rübergefahren zu dem Ort und wir haben ihm geholfen, dass er bequem von, bei sich im Ort raiden kann. Er muss nicht extra nach Ribu. Wir haben die Fahrt auf uns genommen, wir sind rüber, wir haben die Raids mitgemacht, er konnte mitmachen. Alles kein Problem, alles super. Jetzt hat der Fischi aber auch sein wahres Gesicht gezeigt, nachdem er in der Pokémon-Go-Gruppe, äh, es geht im Prinzip wieder um diesen kleinen Russen-Alex. Der arme kleine Russen-Alex, immer er. Nein, der ist vielleicht manchmal ein bisschen schwierig und verplant, trotzdem, sage ich, offen und ehrlich, das ist jetzt kein schlechter Mensch. Und, der ist halt wirklich, äh, der ist russischer Abstammung, der ist kein rein Deutscher, der, hat deswegen auch öfters mal Probleme, wenn der was schreibt, dass der halt was falsch schreibt, oder, die Buchstaben verdreht, oder, keine Ahnung, und, jetzt haben wir das so gehabt, in der Pokémon-Gruppe sind öfters Diskussionen ausgebrochen, über Rechte, über Linke, also über diese Gesinnungen so, weil, wir haben auch einen drin, der auch, auf einem einen Bild irgendein T-Shirt anhatte, von irgendeiner rechtsextremen Band, und alle haben sich über das T-Shirt aufgeregt, und ich habe mir so gedacht, ich habe das T-Shirt gar nicht gesehen, und selbst wenn, würde ich gar nicht wissen, was das für ein T-Shirt sein soll, und um was es da geht, weil, bei mir ist es so, mir ist es eigentlich doch egal, ist die Person links, ist die Person rechts, ist die Person schwarz, ist die Person weiß, wenn derjenige Pokémon spielen will, und mit mir Pokémon spielt, es geht um das Spiel, dann ist doch okay, was derjenige in seiner Freizeit macht, ob der sich seine Glatze rasiert, ob der Polizisten verprügelt, ob der auf Demos geht und randaliert, gegen die Rechten, weil die Linken dann auch immer sich nichts nehmen, sage ich mal, was interessiert mich, dass in dem Moment, für mich geht es wirklich rein um die App, da gibt es wieder diese Moralapostel, die sagen, nein, das kann nicht sein, wenn welche links sind, kannst du ja mit den Raids machen, aber mach doch keine Raids mit Rechten, die haben keine Existenzberechtigung, ja, aber warum nicht, dann darf man mit Linken auch keine Raids machen, weil die haben ja auch eine besondere Meinung, nur komischerweise wollen die Linken mir eher ihre Meinung aufzwängen, als die Rechten, wenn ich jemanden sehe, der rechts ist, der macht sein Ding, der grüßt freundlich, der ist vielleicht die netteste Person der Welt, der hat mir nichts getan, warum soll ich gleich sagen, warte mal, ich habe gehört, du bist rechts, jetzt meite ich den Kontakt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin so lange cool mit einer Person, solange die sich nicht zu schulden kommen lässt, oder wir irgendwelche Probleme miteinander haben, da ist mir eigentlich egal, was die Person sonst macht, oder mit wem sie zu tun hat, oder wie auch immer, ich beurteile die Person nur anhand ihres Charakters, und ihres Auftretens mir gegenüber, und nicht, was in der Vergangenheit passiert ist, oder was er sonst für Dreck am Stecken hat, meiner Meinung nach ist das eigentlich gesund, aber mit der Meinung stehe ich meistens halt alleine da, jetzt ist also das Problem über die Rechten und so, und der Fischi ganz vorne dabei, hat in der Gruppe gehetzt gegen die Rechten, und sowas ekliges, so eine Schweinerei, und was weiß ich, da kriegt er das Kotzen, er bezieht also ganz klar Stellung, er ist gegen Rassismus, er ist gegen rechts, er ist gegen alles, dann habe ich aber gesehen, als der kleine Russen Alex, mal wieder gefragt hat, ob jemand den Raid an der Kirche mitmacht, hat er halt ein Screen geschickt von der Kirche, wo das Ei drüber ist, damit man sieht, wann der aufgeht, sie postet den Screen rein und fragt, macht jemand Kirche dann mit, und der Fischi ist der allererste, der sich hinstellt, und den kleinen Russen ankackt, dass er nervt, dass er es übertreibt, mit seinen dämlichen Bildern, dass er gefälligst schreiben soll, und soll keine Bilder schicken, dass sein Handy immer zu voll ist, sein Handyspeicher, wegen seinen dämlichen Bildern, wo ich mir nur denke, Junge, in einer Woche, poste ich 20 Bilder, wegen Raid, und frag, macht jemand den Raid mit, macht jemand den Raid mit, macht jemand den Raid mit, der Fischi hat noch nie irgendwas gesagt, dann kommt der kleine Russen-Alex, der einmal in der Woche, vielleicht, weil er gerade zufällig einen Raid machen will, ein Bild postet, und fragt, macht da jemand mit, und er macht den einfach fertig, nur wegen einem Scheißbild, geht er auf den drauf, und du den hier rund machen, wo ich mir denke, Junge, wo ist denn dein Problem, bei den anderen sagst du auch nichts, bei ihm, regst du dich auf, hast du was Persönliches gegen ihn, dann kommt er zu, immer wenn der Alex mal was geschrieben hat, er hat darunter versucht, sich zu erklären, dann wird sich noch über ihn lustig gemacht, dass er erst mal lernen soll, zu schreiben, dass er wohl kein Deutsch kann, es wird ihm gezeigt, wie man die Wörter richtig schreibt, und korrigiert, um als was Besseres dazustehen, wenn das nicht schon irgendwo rassistisch dann ist, dass man auf diese Minderheit abgeht, und mit solchen Äußerungen, denjenigen, weiß ich nicht, ich habe gleich zu ihm gesagt, ich verstehe ihn nicht, er ist so stark gegen die Rechten, aber verhält sich trotzdem gerade wie, wie jemand, der was gegen Ausländer hat, wenn der wirklich gegen diese eine Person, so gezielt vorgeht, vielleicht geht es ihm darum, weil das halt der Alex ist, den kann er nicht leiden, oder man könnte ja ganz böse, Gedanken aufhegen und sagen, er mag ihn nur nicht, weil es ein Ausländer ist, und schon wird der, der so stark gegen Rechts ist, selbst zum Nazi, aufgrund seines Verhaltens, und merkt das gar nicht, wie schnell man in so eine Schiene reingerät, das wollte ich ihm damit aufzeigen, ich habe den kleinen Russen Alex verteidigt, ich habe gesagt, Junge, wie oft poste ich Bilder, und du sagst nichts, und er postet einmal ein Bild, und du drehst komplett durch, und dann dieses, sich drüber lustig machen, wenn man mal ein Wort falsch schreibt, aber explizit wirklich bei ihm, der kein Deutscher ist, wo man einfach mal ein Auge zudrücken könnte, es ist scheißegal, er hat das gemacht, ich habe ihm da gesagt, dass ich das nicht gut finde, und er kommt wirklich an und sagt, ich gehe eh aus der Gruppe, eure Gruppe ist mir eh zu dumm, ich habe ja noch die andere Gruppe, bam, und wieder geht es um die andere Gruppe, um die VIPs, wieder mit Schickeria und Co, und obwohl er die ganze Zeit auf uns angewiesen war, wir mit ihm geradet haben, wir ihm geholfen haben, wir in Arenen gebastelt haben, scheißt er auf einen, weil er hat ja die andere Gruppe, und weil er ja die andere Gruppe hat, lehnt er sich jetzt so weit aus dem Fenster, steht plötzlich hier oben, hat die große Fresse, und ich habe es nicht verstanden, er hat mich auch direkt blockiert, ich wollte wissen, was sein Problem ist, er hat mich direkt blockiert, ich konnte nicht an ihn rankommen, ich habe mit seinem Kollegen geschrieben, mit dem Kotbrot, der Kotbrot ist wenigstens noch korrekt, mit dem kannst du reden, Kotbrot ist auch bei uns in der Gruppe noch geblieben, und das Lustige ist ja wirklich, immer wenn wir einen Raid machen wollten, und Kotbrot gefragt hat, jo, könnt ihr noch 5 Minuten warten bitte, ich würde auch noch kommen, ich habe gesagt, ja kein Problem, ich habe ja kein Problem mit Kotbrot, er kann ruhig dazukommen, wir warten extra mit dem Raid, Kotbrot kam nicht alleine, er hat immer Fischi dabei gehabt, Fischi, der ja so offensichtlich auf mich scheißt, und auf uns scheißt, der ja die andere Gruppe hat, und seine Raids ja mit den anderen machen kann, kommt an, ohne was zu sagen, versteckt sich in einem Kotbrot, Kotbrot redet mit uns, grüßt, alles cool, Fischi steht in der Ecke, sagt kein Wort, das Gesicht zum Boden geneigt, oh mein Gott, er muss sich ja wirklich schämen, dass er jetzt hier angekrochen kommt, aber er geht mit in die Lobby, wir lassen ihn auch mit in die Lobby gehen, da sagt keiner, verpiss dich hier, du darfst nicht mit uns raiden, geh zu den VIPs oder irgendwas, obwohl er sich so scheiße verhält, haben wir ihm trotzdem eine Möglichkeit gegeben, mitzuraiden, obwohl er hat immer wieder betont, er braucht uns nicht, er ist nicht auf uns angewiesen, er macht Raids mit den anderen, das lustige ist, wenn wir zu einem Raid gekommen sind, waren die VIPs schon dort, haben schon den Raid gemacht, während wir auf Kotbrot gewartet haben, sind die VIPs gegangen, die VIPs haben nicht auf Fischi gewartet, und auf Kotbrot, Kotbrot hat uns gefragt, wir haben gewartet, Fischi kommt also an, nicht um Raids mit den VIPs zu machen, Fischi kommt an, um Raids mit uns, den Arschlöchern zu machen, und dann steht er da, und guckt auf den Boden, sagt kein Wort, verkriecht sich nach dem Raid irgendwann, und ich kam mir einfach schon richtig dumm vor, aber ich habe gedacht, ist egal, schwamm drüber, vielleicht merkt er dann irgendwann, dass er vielleicht einfach nur, sich total dämlich verhalten hat, vielleicht entschuldigt er sich auch irgendwann mal, über seine dummen Äußerungen, und sein Verhalten, und seine Überheblichkeit, aber weit gefehlt, denn jetzt, ging es weiter, nachdem, wir, was ist denn jetzt schon wieder, ach so, die kommen ja da unten, die Blöden, nachdem wir also, den Raid gemacht haben, wo er kein Wort gesagt hat, und ich dachte, vielleicht entschärft sich die Situation, irgendwann mal, vielleicht, wacht er mal auf, und sieht was los ist, habe ich, am Sonntag, mein, C-Day Video hochgeladen, und dann staune ich nicht schlecht, denn im C-Day Video, ist ein Kommentar, vom Fischi, und er schreibt wirklich, nachdem wir auf ihn gewartet haben, nachdem wir mit ihm geradet haben, nachdem wir immer noch, ihn akzeptieren, schreibt er einen Kommentar, warum schlägt es mir die Scheiße, denn immer noch vor, aber nicht nur das, ich habe auch Kotbrot geschrieben dann, weil Fischi kann ich ja nicht schreiben, ist das wirklich der Kanal, von Fischi, ja, es steht sogar, wenn man das groß macht, steht sogar dabei, MCL Fischer, das ist ja eigentlich, der Pokémon Name, MCL Fischer, steht hier oben dabei, MCL Fischer, bla, 20 Abonnenten, richtig coole Socke, ich habe mich extra nochmal erkundigt, ist das wirklich Fischi, hat er das wirklich selbst geschrieben, und er hat es bestätigt, ja, hat er, dann sehe ich, einen Tag später, bei einem Status hier, wo ich das geschrieben habe, mit den, äh, mit Galaporenda, wieder ein Kommentar von Fischi, mit einem kotzenden Smiley, dann habe ich heute, gesehen, ein Kommentar, gut, nicht heute, gestern, wieder ein Kommentar von Fischi, obwohl Kotbrot auch gesagt hat, er soll die Füße stillhalten, wieder ein Kommentar von Fischi, boah, wie oft soll mir der Mist denn noch angezeigt werden, habe er nicht umsonst deabonniert, und gemeldet, er meldet die Videos, warum, aus welchem Grund meldet man die Videos, ich habe keine Ahnung, und, ich habe ihm auch eine Antwort dazu geschrieben, die möchte ich euch auch mal zeigen, selber schuld, wärst du mir nicht damals so tief in den Arsch gekrochen, und hättest bei der Google-Umfrage meine Videos und Beiträge alle mit 5 Sternen bewertet, weil sie dich ja interessieren und in Leben bereichern, dann würde er es sicher auch nicht permanent trotz deabos sowas anzeigen, und das ist wirklich so gewesen, er hat in der Pokémon-Gruppe damals, er hat jedes Video von mir kommentiert, und dann wurde mal bei einer Google-Umfrage-App ein Video von mir oben angezeigt, mit der Frage, wie findet er diesen Vorschlag, und er gibt 5 Sterne auf diesen Vorschlag, und warum er diesen Vorschlag so gut bewertet, er gibt 5 Sterne, es hat sein Leben bereichert, er findet, er bildet sich dadurch, er findet es interessant, er wird es weiterempfehlen, er gibt überall 5 Sterne, permanent, warum auch immer, vielleicht weil er ein richtig krasser Fan ist, und meine Videos so übelst gefeiert hat, wie kann er dann aber, sobald er aus der Gruppe rausgeht, und bei den VIPs ist, wo ja auch der Zahnfet ist, und der linke Networks, ihr wisst Bescheid, plötzlich nur noch sinnlose dumme Hater-Kommentare von sich geben, und sich zusätzlich wundern, wieso meine Videos trotz de-Abo ihm angezeigt werden, wo er doch selbst bei den Vorschlägen immer mit 5 Sternen bewertet hat, dass er das so geil findet, selbstgewähltes Leid, sage ich mal dazu, und dann meldet er auch noch die Videos, er schreibt sie auch noch hin, er beleidigt nicht nur, er zieht den Content in den Dreck, er labert miss, und er schreibt noch dazu, er meldet die Videos extra, ich habe dann weitergeschrieben, ich like ja keine Sachen, und bewerte sie positiv, wenn mir die Videos nicht gefallen, nur um jemanden zu imponieren, ich like Sachen, und bewerte die, wenn ich sie wirklich gut finde, und von mir aus feiere, und wenn es mich nicht mehr interessiert, dann schaue ich es eben nicht mehr, aber gibt eben auch solche Vollpfosten wie dich, die dann die ganze Zeit rumheulen, warum sie das sehen, und Videos melden, weil sie sonst nichts zu tun haben, selbst wenn es dir als Vorschlag angezeigt wird, musst du es ja nicht anklicken, aber du klickst das vorgeschlagene Video an, um einen dummen Kommentar abzugeben, und wunderst dich, wieso es dir beim nächsten Mal wieder, so ein Video vorschlägt, und das ist ja das nächste Ding, er hat es zwar deabonniert, es wird ihm aber vorgeschlagen, Video, was ihn interessieren könnte, und anstatt er es einfach nicht anklickt, weil es ihn nicht interessiert, drückt er auf das vorgeschlagene Video, wo YouTube davon ausgeht, das könnte ihn interessieren, er klickt drauf, YouTube weiß, er klickt auf das vorgeschlagene Video, gibt YouTube damit die Bestätigung, dass es ihn interessiert, nur um einen dummen Kommentar zu schreiben, und wundert sich, wieso es ihm beim nächsten Mal wieder, so ein Video vorschlägt, also noch, noch blöder kann man eigentlich überhaupt gar nicht sein, das habe ich dazu geschrieben, und hier hat sich sogar Pupsi zu Wort gemeldet gehabt, Es ging ja nicht um die App, sondern um den Content Creator, der mich als Narzisst bezeichnet hat, dieses Wort Narzisst ist nirgendwo gefallen, ich wollte ihm aufzeigen, wie schnell man in die Nazi Schublade gesteckt wird, nur weil man irgendwas sagt, gegen irgendjemanden und die Leute hineininterpretieren, der hat das jetzt nur gesagt, weil das ein Ausländer ist, er hat nie erklärt, was er wirklich für ein Problem damit hat, weil er ja nur bei ihm rumgehatet hat, er hat nie was bei jemand anderes gesagt, sicherlich nicht grundlos, also wenn das der Grund war, dann ich habe die Person nie beleidigt, ich habe lediglich nur seine Art, wie er nach Raids fragt bemängelt, wie fragt man denn nach Raids, hey macht heute jemand einen Raid, oder postet man einen Raid zur Info für die anderen, damit die sehen, welche Arena das ist, mit der Uhrzeit, wann der aufgeht und fragt dann, ob jemand mitmacht, was ist daran falsch? Und das hat jeder so gemacht, ich schreibe meistens auch Listen einfach, direkt mit der Uhrzeit hin und her und dann fragen die Leute, boah, welche Arena ist denn das und weiß ich gerade nicht vom Namen her, aber durch dieses Bild ist das eindeutig und die Leute wissen Bescheid, es ist für mich kein Grund gar nichts, es ist einfach richtig Stock im Arsch, sich wegen sowas aufzuregen. Und er hat es bemängelt, dass du gezielt gegen eine Person schießt und das rechtfertigt nicht immer so dumme Kommentare zu verfassen. Hier hast du die große Klappe und wenn du ihn auf der Straße siehst, kriegst du kein Wort raus. Naja, mach ich mit Absicht nicht, weil ich mich nicht mit Leuten, die einfach nur dumm sind und null Hirn haben, wie der Name ja schon sagt, meine Zeit verschwende. Er macht das mit Absicht nicht und verschwendet seine Zeit also nicht mit dummen Leuten wie mir, die kein Hirn haben. Kommentiert aber ständig meine Videos und schreibt, dass die scheiße sind, dass er sie meldet, dass er den Dreck nicht sehen will und anstatt es einfach nicht anzuklicken und in Ruhe zu lassen. Und ich kann ja nichts dazu, dass mir sowas vorgeschlagen wird. Da müsstest du dich schon an YouTube selbst wenden. Klar kann er was dazu, weil er in seiner Arschkriecherphase alles positiv bewertet hat, dass er sowas sehen will, dass er meinen Content feiert, dass er das genial findet, dass er das braucht zum Leben und jetzt kann er natürlich nichts dazu, dass ihm das angezeigt wird. Denk doch einfach mal nach, Junge. Und gezielt gegen eine Person? Ist schon klar, warum mit den anderen habe ich kein Problem? Die haben mich ja nicht beleidigt. Er rafft noch nicht mal, dass es darum ging, dass er gezielt gegen eine Person vorgegangen ist, dass er gezielt gegen den Alex geschossen hat. Und jetzt kommt er an mit, gezielt gegen eine Person? Ach so, gegen den dummen Spasti, da den Fettsack in dem Video, der Pokémon macht. Ja, der hat mich ja nicht beleidigt und deswegen gehe ich nur gegen den Ramses vor. Der Satz, es geht um Alex, man, dass er nur diesen einen angegangen hat. Immer wieder. Auch wegen, wie ein Wort geschrieben wird und sonst was und keine Ahnung. Aber nicht mal das rafft er. Wenn es dich nervt, solltest du dich an YouTube wenden. Außerdem verschwendest du ja auch deine Zeit. Du sagst so nur nichts, weil du nicht den Arsch in der Hose hast, im Netz rumhäten und so nicht den Mund aufkriegen. Schon klar. Du weißt doch nicht mal mehr, warum es eigentlich ging. Also warum? Boah, da sind ja sogar noch mehr Antworten. Gut. Ähm, es wurde nur ein Vergleich gezogen. Ach nee, hier oben geht's ja. Klar, es ging um diesen Alex, weil er immer Bilder von den Raids geschickt hat, anstatt einfach eine Nachricht zu schreiben. Und ich deswegen jede zwei Wochen mindestens 700 Bilder löschen musste. Das hat null mit Rassismus zu tun. Wir haben noch aber alle Bilder geschickt. Selbst er hat Bilder geschickt für Raid am Mittwoch und hat seine komischen Lucky Trades immer zu reingestellt, die sogar schlechte EV hatten, die keinen interessiert haben. Und jetzt heult er rum, dass er Bilder löschen musste? Wenn er zu dumm ist, einfach auf WhatsApp zu gehen, auf Chat leeren, damit die Medien, die Bilder, die Videos und die Sachen automatisch vom Handy runter sind und weg sind, das ist das Kinder, das ist kinderleicht, das ist das Einfachste, was man je machen kann. Aber... Ich verstehe es nicht. Er sagt also, ich bin dumm, aber er stellt sich selbst an wie der dümmste Mensch der Welt. Es wurde nur ein Vergleich gezogen, weil du ständig gegen ihn gehetzt hast. Du bist aus der Gruppe ausgetreten. Damit ist es doch gut. Lebe dein Leben und verschone uns mit solchen sinnlosen Kommentaren. Dann habe ich nochmal, weil er ja sagt, dass er nichts dazu kann, dass ihm das angezeigt wird. Du hast dich aber nur beim kleinen Russen, Alex, beschwert. Nie bei mir oder den anderen. Und wir, die anderen, haben öfter und mehr Bilder gepostet. Alex nur ganz selten, wenn er mal nach dem Raid gefragt hat. Zusätzlich, hast du dich immer über ihn lustig gemacht, weil er mal ein Wort falsch geschrieben hat oder der deutschen Sprache nicht so mächtig ist. Und da kann man dir schnell was unterstellen. Aber rede dich ruhig weiter raus. Ich nehme mir jedes Wort wahr, was du hier schreibst. Jetzt habe ich auch noch wahr-falsch geschrieben. Und wie gesagt, du bist selber schuld, dass dir das angezeigt wird, da du es überall mit 5 Sternen bewertet hast. Und wenn es als Vorschlag kommt, gehst du auf das vorgeschlagene Video, um einen dummen Kommentar zu machen und dadurch schlägt es dir wieder weitere Videos vor. Also wer von uns beiden ist dumm. Vielleicht solltest du mal lernen, was Respekt ist. Und jetzt kommt er an, den kenne ich noch gar nicht. Dumm, naja, sagt der, der die deutsche Groß- und Kleinschreibung nicht beherrscht. Merkt ihr schon, wenn jemand keine Argumente hat, es ist, es ist so offensichtlich, es ist alles kleingeschrieben, als ob ich gerade Wert draufgelegt hätte, Groß- und Klein- zu schreiben. Aber er kommt wieder damit an. Und ihr seht wieder, was er für ein Spasti einfach nur ist. Er hatet diesen kleinen Russen wegen seinem Deutsch. Er kommt hier an und sagt, du hast nicht mal große Wörter geschrieben, deswegen bin ich besser als du. Ich raff's nicht. Und vor allem schreibt er der selber hier groß. Groß- und Kleinschreibung. Wo ist der Bindestrich? Nicht beherrscht. Und das mit dem Falschschreiben regt mich einfach auf. Und ich habe ihn nur korrigiert. Warum schreibst du korrigiert groß? Aber ach komm, macht doch was ihr wollt, mir egal, ihr geht mir eh sowas von am Arsch vorbei. Ein paar Leute aus eurer Gruppe. Er labert hier rum. Er sieht nichts ein, er ist einfach nur dumm. Mehr ist er nicht. Er ist einfach nur dumm. Und wie gesagt, ich habe mir das alles gemerkt, ich habe mir das alles abgespeichert. Wie er mich hier beleidigt, wie er mich hier angeht, wie er sich hier aus dem Fenster lehnt, dass er regelmäßig meine Videos strikt und meldet, dass er sinnlose Hater-Kommentare permanent macht, ohne Grund, weil er zu dumm ist und nicht versteht, dass er selbst dran schuld ist, dass ihm das angezeigt wird. Super Satzbau, dann spar dir einfach deine Kommentare. Kenn ihr das? Habt ihr auch schon mal sowas erlebt? Schreibt es mal in die Kommentare. Es ist immer wieder schön, sowas zu sehen und solche Geschichten zu erzählen, die keine Geschichten sind, sondern einfach nur Real-Life-Stories und ich denke mal, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Muss ich mir von so einer kleinen Wurst sowas sagen lassen? Muss ich mir sowas an den Kopf werfen lassen, der wirklich im Internet permanent die große Fresse hat und dann, wenn ich einen Raid mache, mit dem Flo zum Beispiel letztens, dass er mit dem Kotbrot sich daneben stellt, mit in die Lobby geht und dann den Raid abstaubt, muss ich wirklich, ich sage immer, ich grenze niemanden aus, aber muss ich mir diese Blöße geben? So jemanden bei Pokémon Go durchzuziehen, beim Raid mitzunehmen, ihm die Möglichkeit zu geben. Soll er doch mit seinen VIPs raiden, überhaupt die Dreistigkeit zu besitzen, wenn ich einen Raid mache, zu denken, ach, der Ramses macht einen Raid, komm Kotbrot, wir gehen hin und wir raiden auch mit, weil sonst schaffen wir ja den Raid nicht. Er soll sich einfach fernhalten und dann ist gut. Er soll mit den anderen raiden, so wie er es ja vorhatte, aber auf meine Hilfe, auf mich, braucht er auf jeden Fall nicht mehr zählen. Er ist für mich einfach gestorben. Sein ekliges, dummes Verhalten jetzt nachträglich. Das war es trotzdem von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt ihr solche Erfahrungen auch gemacht? Schreibt es mal rein. Kennt ihr auch solche Menschen? Schreibt es mal rein. Und wenn das Video gesperrt wird, dann lade ich es einfach neu hoch. Mir scheißegal. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses